Hallo? Ich kann nicht schlafen. Darf ich noch ein bisschen lesen? Wie war das? Ich kann nicht schlafen? Rekrut! Warum sind Sie hier? Um zu schlafen. Um zu schlafen was? Um zu schlafen, Sir! Chill, Sergeant, Sir! Korrekt! Und jetzt geben Sie mir sofort acht Stunden! Jawohl, Sir! Chill, Sergeant, Sir! Und sobald der Wecker klingelt, drücken Sie die Snooze-Taste. Und das mindestens fünfmal! Habe ich gestottert! Nein, Sir! Chill, Sergeant, Sir! Sehr gut! Los! Eins, zwei! Eins, zwei! Eins, zwei! Eins, zwei! Guten Abend, gute Nacht! Mit losem Bedacht! Mit Niklein bedeckt! Schlüpf unter die Deck! Morgen früh, wenn der Chill-Serge will, wirst du wieder geweckt! Morgen früh, wenn der Chill-Serge will, wirst du wieder geweckt! Stop einen Steig. Vorsicht! Bis zum nächsten Mal.